Hallo Fans, Grande Talento hat gerade seinen Vertrag mit BVB verlängert, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Borussia Dortmund gab an diesem Montag die Vertragsverlängerung des Engländers Jamie Beinu Gittens bekannt. Zwei Tage vor dem Champions Leak-Duell des BVB gegen Mailand unterschrieb der 19-jährige Stürmer beim Verein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft. Ein Flügelspieler, der enorm schnell ist, ständig auf der Suche nach 1 gegen 1 Situationen ist, diese mit seiner technischen Qualität lösen, Torchancen für seine Mitspieler schaffen oder abschließen kann. Wir sind von seiner Entwicklung überzeugt. Ist noch lange nicht abgeschlossen und wir freuen uns, dass sich Jamie trotz des großen Interesses mehrerer Top-Klubs in Europa bereits im Vorfeld für eine langfristige Zukunft beim BVB entschieden hat, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung. Und das ist eine Umrüstung.